Wenn du genug Spiel spielst, warum nicht die Welt der Kälte probieren? Das klingt lustig. Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ock the Dead. Hol dir an den Gutschein von Scarlet. Ich bin schon unterwegs. Oh, Mann. Fisch nicht so wie das. Du musst dir mehr zurückholen. Danke schön. Löse dein Ticket ein. Okay, ich komme schon. Ich bin ganz... Ach ja. Na, warten wir mal schön in der Linie. Ich habe ja ein Ticket. Kann sich nur um Jahre handeln. Also mit Ruhe. Ich habe halt eben Beinstörungen. Muskelschwund. Ich hoffe, dein Tag ist fantastisch. Fischtastisch, ja. Hier bitte schon über das Ticket. Danke schön. Ist da oben was? Eine Sekunde. Ich muss das da überprüfen. Und auch nicht, weil ich so blöd dafür bin mit der Steuerung. Ich habe ja ein O. Und keine Krawatte. find ich so. Blubblblblblblblblblblblbl. Andert nicht. Sieht so wie Feier. Sie hat immer das gesagt. Aquarium-Terror. Meeresbiologen erkennen uns. Okay. suchen wir uns doch einen anderen weg da durch es war schon so das war auch schon so wenn einfach sehr lebevoll hier durch die gegend und ich werde keine kratten bitteschön und ihr geht einfach ohne mich weiter die erst mal hier auf zuletzt sushi das kann ja was werden wie ich mich runterspülen der rein soll jetzt ist doch nicht ohne grund da einen das die 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 Gott 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 Du schaffst das, du kommst da raus Es war mein Ob du das Ach, was hab ich mir da eingezapft Oh Gott Die Steuerung Ob du das Nicht Oh Jetzt einmal nach den anderen Bezug So, geht doch Nein Nein, 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 nein Nein Fahr wieder hoch Wieder hochfahren, hab ich gesagt Fahr hoch Wofahren Er ist bitte wieder hoch Was kaputt gemacht Das ist kaputt gemacht Dann fährt ich mal hoch Oh 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 Gott, was ist das hier für ein Level Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich geh wieder Oh Bonuslevel machen wir mal irgendwann Aber nicht heute Oh 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 Ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Okay All right Let's go Findest Stacy, Scarlett und Tommy Hey, ihr könnt doch nicht einfach ohne mich hingehen Miau, miau Miau, miau So, word of cow Immer da gehen wir als erstes hin Ich muss schon sagen Ich muss schon sagen Die Steuerung macht schon Spaß Auch weil sie ab und zu mal nervig ist Vor allem da in der Toilette Behold Oh Oh Man Look at all this learning Come on dad Let's get through all this junk so we can get out of here Okay Okay The world of kelp Travel the world of kelp How fast can you map the world's kelp forest? Grab that big globe and I'll get the quiz going Come on dad Stop being a slug Neriosistus They're green Go dad go manera End email Lass uns gleich mal wieder. Was sind die Einbücher? Ich bin ja schon dabei. Ja, Mist. Oh Mann. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ich möchte auch ohne Kids drunter rutschen. Ich möchte auch da runterrutschen. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja beim Wackelkristmat. Oh nee. Der holt fast. Das ging ja schnell. Greife die Spitze des Kelps. Welche Spitze? Die Spitze hier? Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Versorge die Sonne mit Energie. Okay. Kriegen wir hin. Gold. Run fast for your father. Rest for your mother. Ja, ich hab's voll raus. Ich bin halt eben der coole Octodad. Ey, Kind. Was warst du da? Du? Uff. Autsch. Der Hilfe. Ah, I can't. Da ist der Krabatee. Wie komm ich denn da hoch? Wie? 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 Wuuu? Uh, uh, dumm, 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 dumm. Kindchen. Das war nicht gut. Oh. Ist wirklich ... Ey. Ey. Vor allem, da steht doch nicht Do-Not-Push. Ich Pushe auch mal. Äh. Ey. Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, das haben wir schon da. Und so. Und roll rein, roll rein. Und roll rein. Ja. Komm ja schon. Oh, ich möchte noch mal rutschen. Komm ich vielleicht. Ey, Kitsche, das war nicht nett von dir. Ich will die Krawatte. Wenn ich schon die Krawatte sehe, dann will ich die auch haben, ne? Okay. So. Krawatte, Krawatte, Krawatte. Oh, was geht's jetzt zu den Ottern? Okay. Nee. Ich komme, Kitsche. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Eh. Kampter Otter, keep left 20. Ich weiß nicht. Ich versuche, die Krawatte zu schützen, Vater. Krawatte. Dad, schütze die Krawatte. Nein. Jak dann ist das Krawatte Harper. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Gott, ich bin da doch schlicht, um sowas abzuwachen. Halleluja. Schloss um, Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich glaube, dafür habe ich heute nicht mehr die Energie. Bis dahin, tschüss.